Rumpfrotation im Sitzen Aufrechten Sitz einnehmen, die Sitzbelastung liegt auf den Sitzbeinhöckern an der vorderen Stuhlkante. Das Becken befindet sich in Neutralposition. Nun die Ellbogen in Schulterhöhe bringen, die Unterarme sind zum Körper gebeugt. Einatmen und mit der Ausatmung den Rumpf nach links drehen. Mit der nächsten Einatmung zur Ausgangsposition zurück, kurz halten und mit der Ausatmung weiter nach rechts drehen. Dann mit der nächsten Einatmung wieder zur Ausgangstellung zurück. Kurz halten und das Ganze von vorn, 10 bis 12 Mal in jede Richtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 too Nora